Leipzig, Spannung liegt in der Luft. Peter Maffays, 74. Abschiedstour findet in Leipzig ihren Abschluss. Damit endet die 55-jährige Live-Karriere in der Messestadt. Es soll ein besonderer Abend werden. Mit 38.000 Besuchern ist die Red Bull Arena ausverkauft und bis auf den letzten Platz belegt. Pünktlich um 19.45 beginnt das Intro und Peter Maffay fährt mit einer Harley durch das West-Tour des Stadions in den Innenraum, eine Runde in fast schon halsbrecherischem Tempo durch die Arena und dann auf die Bühne. Das Publikum feiert den 74-jährigen frenetisch. Mit Schatten in die Haut tätowiert und Karambolage geht es ohne Umschweife in die fast dreistündige Show. Maffay betont, dass er auf dieser Tour ein Best-of aus seiner langen Karriere geben wird. Mit dem Schmachtfetzen begrebt er ganz tief in der Kiste. Im Vorfeld war viel spekuliert worden, welche Überraschungen der Abend bieten wird, immerhin ist es das Tourfinale und gleichzeitig Maffays letztes großes Tourkonzert. Auf die Bühne holt Maffay unter anderem seine langjährigen Wegbegleiter Jean-Jacques Krawetz, 77, Frank Dietz, 73, und Steffi Stefan, 77, außerdem Johannes Oerding, 42, und seinen Jahres Maffay, 20. Der ist Background-Sänger in der Band und darf, um die nächste Generation einzuführen, seinen Song-Abenteuer performen. Der Apfel fällt hier nicht weit vom Stamm. Bei letztem Tourkonzert, Peter Maffay verlässt gerührt die Bühne. Danach wird es Zeit für den Special Guest Anastasia, 55. Die US-Amerikanerin war bereits im Vorfeld angekündigt worden und singt mit Maffay eine englische Version von So bist du. Danach darf sie ihre beiden Hits Left Outside Alone und im Out-to-Love singen. Langsam, aber sicher, neigt sich die Show ihrem Finale zu. Bei Nassaya wird das gesamte Stadion in ein fast schon magisches Licht getaucht. Vorher zeigt Maffay noch einmal seine soziale Ader. Als Botschafter der Postcode-Lotterie überrascht er die Elternhilfe für krebskranke Kinder e. V. Mit einem Scheck über 100.000 Euro. Dann ist er da, der Moment, als mit mein Wort die letzte Textzeile gesungen ist und die letzte Note verklungen. Peter Maffay wirkt sichtlich gerührt über die Fangesänge, man merkt ihm förmlich an, wie schwer es ihm fällt, die Bühne zu verlassen. Mit Mühe kann er sich die Tränen verkneifen. Kurz nach 22.30 Uhr endet damit die Abschiedstournee des gebürtigen Rumänen. Ein Abschied für immer, vom Tourleben sicher, von der Musik, nein. Nein. Maffay geht von links nach rechts über die Bühne, winkt, wird von Fangesängen verabschiedet und beendet den Abend, wie er begann, mit seiner Harley. Untertitelung des ZDF für jeden über die Bühne bei der Berliner Rüge. Vielen Dank.